weil da jetzt ja der nebel ist ähm vergesse ich schon mal manchmal die orientierung oder weiß ja nicht wo das her da kommt wenn zum beispiel da jetzt sich einer durchfressen wir mal das wäre dann hier dann weiß ich das nicht weil ich mich nicht weil ich das nicht sehen kann ja aber ich brauche halt die anderen sachen für diese anderen ob sie sich ja durchgraben und ich ja ich habe ihr wisst nicht was ich meine weil es gerade ein bisschen blöd erklärt habe aber egal wäre blöd wenn es genauso hinten wieder wie mal wie davor wäre schön blöd würde ich mir sagen ja und natürlich ladet das jetzt immer so langsam war ja auch irgendwie klar dass das dass das solo läuft da ich habe jetzt nur noch mit dem teilen da bitte ich brauche hier nämlich welche okay 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 ich versuche jetzt aufzuhalten bitte 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 komm 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 wenn ich jetzt die nein wir sind tot ab nee doch nicht nur nicht ganz noch nicht ganz wir haben noch eine letzte chance das bestehen mich daraus nicht die dahin knall und jetzt dahin sitze immer wieder und immer und immer und immer wieder bitte schafft es 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 bitte wieso schafft es das einfach nicht ich will es nicht noch mal anfangen nein 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 es ist so gemein man ich habe langzeit kein bock mal das spiel zu erzählen muss ich ehrlich sagen wir sehen uns dann bei den nächsten folgen bis dahin 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 bis dah